Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen hier den neuen Fortnite-Shop. Falls ihr also hier in Zukunft keine neuen Skins mehr verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da und aktiviert schnell die Glocke. Einfach kurz so runterscrollen und dieses kleine Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button anklicken. Dann bekommt ihr nämlich morgens immer eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also die Glocke zu aktivieren. Und dann schauen wir mal, was heute so Neues in den Fortnite-Shop reinkommt. Ich habe gehört, dass heute wohl die Clown-Skins wiederkommen sollen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Und in drei Sekunden wissen wir es. Let's go. Und. Oh, okay. Es hat gestimmt, tatsächlich. Krass. Ja, also auf jeden Fall, die Clown-Skins sind heute wieder da. Und diese Mathelehrerin, nenne ich sie mal, ist heute auch wieder zurück. Und, oh, Lama-Glocke. Nice, okay. Lama-Glocke ist auch wieder da. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Fortnite-Shop an. Und zwar haben wir da den ersten Clown drin. Es gibt ja zwei Stück. Beide haben so einen alternativen Stil. Den kann ich auch gleich nochmal zeigen. Genau, das ist der männliche. Mit seinem Lama als Ballon. Und dann noch der weibliche. Ups, nein, das wollte ich noch nicht tun. Wieder zurück. Ähm, genau, der weibliche. Und zwar hat sie auch einen Ballon. Und zwar diesen hier, so ein Battle-Bus. Ich muss sagen, dieser Ballon hat einen ziemlich geilen Vorteil, wenn man sich den kauft. Und zwar ist der ein bisschen höher als der Kopf eines Spielers. Heißt also, wenn ihr in Deckung sitzt, dann sieht es sehr, sehr häufig so aus. Gerade wenn ihr einen blauen Skin anhabt. Als wäre das euer Kopf. Und es gibt einen richtig guten Vorteil in so Peak-Duellen. Also der Gegner weiß man nicht, ah, ist das der Backpack oder ist das der Kopf. Das macht es halt viel schwerer, den Gegner zu treffen. Falls ihr schon mal gegen den Spieler mit diesem Ballon hier gekämpft habt, dann wisst ihr, was ich meine. Kleiner, guter Vorteil, wenn man das weiß. Dazu haben wir auch wieder drin die Quietsche-Hacke. Die war, war die nicht erst gestern drin? Komisch. Okay, die war auf jeden Fall erst letztens drin. Äh, immer noch hier die Hacke. Die Quietsche-Hacke. Ja, ich finde sie vom Preis her ein bisschen teuer, aber sonst ist sie auf jeden Fall ziemlich cool. Ich kann auch nochmal ganz kurz hier in der Übersicht die alternativen Styles zeigen, die man dazu bekommt. Das ist einmal hier der männliche und einmal die weibliche Frau. Ähm, mit so, ja, Monster-Gremassen-Clowns. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, die bekommt man halt dazu. Kommen wir zum nächsten Slot, und zwar zu dieser Mathelehrerin. Skin finde ich okay. Den Backpack habe ich kein einziges Mal gespielt, aber der Skin ist eigentlich ganz nice. Dann haben wir noch die Hacke drin. Nicht so meins. Habe ich kaum gespielt. Was ich dafür sehr, sehr gerne gespielt habe, ist das Papierflugzeug. Richtig geiler Gleiter. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Falls ihr euch den noch nicht geholt habt, Leute, holt ihn euch unbedingt. Einer der besten Gleiter, meiner Meinung nach, die es im Spiel überhaupt gibt. Einfach, weil er halt so originell ist. Immer was komplett anderes, als diese ganzen Standard-Gleiter, die es halt im Game gibt. Immer dieses futuristische Hut aus Metall oder so. Das ist immer was richtig anderes, und das gefällt mir auf jeden Fall. Kommen wir schon zur rechten Seite des Haudi-Shops. Wie immer, lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da, by the way, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mal schauen, vielleicht schaffen wir heute wieder die 3000 Likes. Und dann fangen wir an mit dem Rift Ranger. Ähm, die Flasche, dieser Backpack hier ist ganz cool. Der Skin selbst eher nicht so. Dann haben wir noch den Süßkammgleiter. Der habe ich mir immer noch nicht gekauft. Der kam schon eine Million Mal in den Shop und ich habe ihn mir immer noch nicht geholt. Einfach, weil ich denke, dass ich den nicht so häufig spielen würde. Deswegen, ja, habe ich bisher noch die Finger von gelassen. Was ich aber sehr, sehr häufig genutzt habe, ist das Eistapfen. Das Eistapfen. Die Eistapfenhacke hier. Für 500 Wibachs ein absolut geiler Preis. Sie ist genau das, was ich quasi von der Hacke mir wünsche. Und zwar schön dünn, schön schmal. Äh, hat einen ganz coolen Sound. Und dazu noch so ein paar Partikel-Effekte. Also quasi alles, was man haben will von der Hacke. Und das für nur 500 Wibachs ist halt ein richtig guter Preis. So, die würde ich mir auf jeden Fall holen. Dann haben wir noch die Lama-Glocke. Auch, Leute, einer der besten Emotes, die es überhaupt gibt. Lama-Glocke für 800 Wibachs. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Also, die ist halt inzwischen was Klassisches von Fortnite. Wenn ich an einen Emote denke, dann an diesen einen Lama-Glocke-Emote hier. Den kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Den Trooper-Emote. Grüße gehen raus an Brian, der den ja häufig gespielt hat. Ich feiere ihn nicht so. Ist halt sehr standardmäßig, obwohl es mein etwas seltener Kopf ist. Aber das Outfit ist jetzt halt nichts so krass Besonderes. Und dann für 200 Wibachs der windige Emote. Ja, 200 Wibachs sind dafür okay. Ist ein ganz lustiger Emote. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst auch unbedingt ein Abo da. Einfach kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und ja, dann würde ich sagen, könnt ihr wieder rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und wie gesagt, tragt mich auch gerne als Greater ein. Einfach Snogsy hier im Fortnite-Shop hinzufügen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr ehrenhaft von euch, wenn ihr nochmal nachschaut, ob das da noch drin steht. Danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Nachher wird wahrscheinlich noch ein zweites Video online kommen. Falls ihr mein Video von gestern noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch mal hier auf die Endcard. Klickt hier mal drauf, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Geht um ein paar Informationen zum neuen Modus. Also einfach hier draufklicken und nämlich sagen, hören wir uns dort. Tschüss!